Herzlich willkommen zur ultimativen Kaufberatung für alle, die auf der Suche nach der perfekten Alarmanlage sind. Heute zeigen wir dir, wie du nicht nur Zeit und Geld sparst, sondern auch Frust und Enttäuschungen vermeidest. Denn wir kennen die fünf entscheidenden Eigenschaften, die dein Gerät haben muss, um dir das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten zu können. Punkt Nummer 1. Einbruchschutz auf dem neuesten Stand der Technik. Deine Alarmanlage sollte nicht nur effektiv, sondern auch intelligent sein. Moderne Technologien wie fortschrittliche Bewegungssensoren, künstliche Intelligenz und nahtlose Smart-Home-Integration sind heutzutage unverzichtbar. Um diese Todsünde zu vermeiden, empfehle ich dir, dich genauestens über die technologischen Features zu informieren und sicherzustellen, dass sie perfekt auf die Bedürfnisse deines Zuhauses abgestimmt sind. Wer will schon einen Schritt hinter den Einbrechern bleiben? Punkt Nummer 2. Zuverlässigkeit. Denk darüber nach. Wenn es um die Sicherheit deines Zuhauses geht, zählt jede Sekunde. Um die Todsünde der Unzuverlässigkeit zu umgehen, solltest du in Erwägung ziehen, eine Alarmanlage mit Backup-Stromversorgung und ständiger Selbstüberprüfung zu wählen. So kannst du sicherstellen, dass deine Alarmanlage selbst unter extremen Bedingungen immer funktioniert. Verlass dich auf eine Alarmanlage, die deinem Zuhause Tag und Nacht treu zur Seite steht. Punkt Nummer 3. Benutzerfreundlichkeit. Nicht jeder ist ein Technikexperte. Und das ist auch in Ordnung. Um die Todsünde der Komplexität zu vermeiden, empfehle ich dir, auf eine Alarmanlage zu setzen, die eine intuitive Benutzeroberfläche bietet. Teste sie ausgiebig, bevor du dich entscheidest, um sicherzustellen, dass du und deine Familie sich sicher fühlen können, ohne stundenlang die Bedienungsanleitung studieren zu müssen. Eine einfache Bedienoberfläche bedeutet mehr Zeit für das, was wirklich zählt. Die Sicherheit deiner Lieben. Punkt Nummer 4. Schnelle Reaktionszeit. Eine Alarmanlage ohne sofortige Reaktion ist wie ein Schloss ohne Schlüssel. Um die Todsünde der Verzögerung zu vermeiden, informiere dich darüber, wie schnell die Alarmmeldung an die Sicherheitsdienste weitergeleitet wird. Sekundenschnelle Benachrichtigungen und eine direkte Verbindung zu Sicherheitsdiensten sind unverzichtbar. Denn jede Verzögerung könnte den Unterschied zwischen Sicherheit und Risiko bedeuten. Punkt Nummer 5. Tarnung. Ja, du hast richtig gehört. Die beste Alarmanlage ist diejenige, die nicht sofort als solche erkennbar ist. Um die Todsünde der Offensichtlichkeit zu vermeiden, wähle eine Alarmanlage mit diskreter Installation und einem unauffälligen Design. Potenzielle Eindringlinge sollen abgeschreckt werden, bevor sie überhaupt versuchen, in dein Heim einzudringen. Nun, da du über die fünf wichtigsten Eigenschaften einer Alarmanlage informiert bist, hast du die Möglichkeit, eine fundierte Entscheidung zu treffen. In der Videobeschreibung haben wir dir eine Auswahl an hochwertigen Anlagen verlinkt. Falls du Inspirationen für den Kauf eines solchen Gerätes brauchst, kannst du gerne mal reinschauen. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um weitere hilfreiche Tipps und Produktbewertungen zu erhalten. Wir sind hier, um dir bei der Auswahl der besten Produkte zu helfen und sicherzustellen, dass du stets die richtigen Entscheidungen triffst.